Boah, was geht denn da? Ach, das mit dieser Omi, ne? Du siehst schon, wie der läuft, dass das nur Bilder sehen kann. Boah, Junge, guck dir mal, wie die da auslasst. Zieht euch mal bitte mein Shirt rein. Ja, wir haben neun, freshen Merch draußen, ne? Nice Shirts, nice Hoodies. Hier auch einer meiner Favorite Peaches, der Brotatus Bandit, kann man sagen. Erster Link in der Beschreibung, kauft mein Merch auf jeden Fall, checkt das Ganze ab. Und jetzt geht's los mit dem Video. Der ist mal ein schöner Headshot. Die hat sich kaputt. Ey, Ehrenfrau. Richtig Ehrenfrau. Messi macht das immer so einfach. Sieht so einfach aus. Salah. Salah, so ein Ego. Ey, morgen ist Afrika Cup Finale. Ich hoffe, Senegal hat bis zum Upload hier auf jeden Fall gewonnen. Der arme Manet. Ey, Salah, so ein Ego. Ich habe ein ganzes Tor. Ich bin so ein Ego. Ich bin so ein Ego. Oh, schönes Tor von Orland. Ach, das mit dieser Omi! Rune? Ey, die Super-Games-Games-Games-Games. Boah, was für ein sexy Tor, Alter. Boah, Junge! Rooney, Alter. Rooney schon ein bisschen so ein Holz, kann man sagen. Nee, Messi, Alter. Boah, Messi in the final second. Ja, natürlich, ich denke jemanden. Ja, krass. Müller. Da sieht man, Junge, da... Da siehst du schon, wie der läuft, dass das nur Müller sein kann. Nein, warum sich die ganzen Kaputikus hängen im Spiel... Ey, Müller ist so eine Legende. Puh! Oh, das sieht man sehr sehr selten, dass Ibra gepanna durch. Dass der Gott himself da... einen Panna kassiert. Ja, der macht schon ohne, Alter, Junge. Der war doch mit der Hand dran. Was ist das denn? Was ist das für ein Typ in der? Vor allem, der wäre daneben gegangen. Ach so, der hat mir so eine falsche rote Karte gegeben. Check ich jetzt erst. Junge, ich dachte, das wäre schon gewesen. Er gibt einfach falsche rote Karte. Der Vogel. Der Vogel. Ja, wen uns das erinnert, auch nur jetzt nicht zum 80. mal betont, ne? Der Vogel ist noch hier. Der Vogel ist noch hier. Valatelli. Agüero! Wow! Junge, Agüero, was ist das? Wer ist das, Herr Landis? Was ist das? Hä, was ist das? Die prügeln sich jetzt, entschuldigt sie. Ach so, die Ruhrer-Maradona-Tönke. Mbappé mit blauen Haaren. Der versteht ja gar nichts, der junge, ey. Ich habe nichts gemacht, ey. Ah, das Torquen, das haben wir auch schon mal gesehen. Geisteskrank. Geisteskrank. Oh, ein Kloppo, was das auch war. Oh, wie der sich freut, ey. Pure Emotion hier. Ja. Ich glaube, er hätte eigentlich schon ganz schön viele rote Karten in seinem Leben bekommen. Ja, das hat der Sonne mal so gehauen. Hat eigentlich wer die Netflix-Doku da über seine Frau gesehen? Kann die wer empfehlen? Ich habe sie nicht gesehen. Es fehlt nur, dass der Holz die jubelt, ey. Hui. Ach so, das waren die fünf Tore in elf Minuten oder so von Lera, ne? Oder in neun? Ich weiß es nicht genau. Geisteskrank. Aber guck, dieses vierte Tor. Das ist geisteskrank. Ja, fünf Tore in neun Minuten oder das fünfte Tor. Also, da kann man jetzt nicht sagen, das waren nur hässliche Tore. Da waren schon kranke Dinger. Boah. Boah. Kunst, bevor er nach Juve gewechselt ist, haut er den so einen rein, ey. Hohohoho. Seht ihr an, schon die Haare ausgefallen bei diesem Fall rückzieher, ey. Boah. 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 Schöner Winkler. Eben. Eben Farsal. Boah. Boah. Seine Mann. Boah. Was ist ein Ding, ey. Ich kann ja selber leider kaum glauben, ob das denn da reingegangen wird. Boah. Boah. Ja, das ist doch. Das war das, ja. Einfach der Torwart fast so groß wie Messi, obwohl der kniet, Alter. Boah. Was geht denn sagen? Direkt alle Fans gestürmt. Boah. Veil auch. Schöner Fallrückzieher. Ich glaube, Zidane macht da immer Fallrückzieher-Training mit den Jungs bei Real. Ja. Also damals noch. Boah. Das wäre auch ein schönes Ding gewesen. Boah. Der ist doch perfekt eingeschlagen, ey. Das war doch, als Lukas Moura gedreht hat, ne. Ich kann mich erinnern. Boah. Junge, guck dir mal an, wie die da ausrasten. Eine schöne Bierdusche. Boah. 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 ...of my Merchant.